Wir sind zurück, ich habe mir ein paar Sachen für mein Haus gekauft, wie die Nuka-Cola-Maschine, mein erstes Labor. Ich kann mir etwas mischen. Okay, ich will mich nicht selbst vergiften, danke. Vielleicht hilft das hier, blablabla, ich kann schon jetzt nicht reden. Meine erste Krankenstation. Krass, krass overpowered jetzt schon. Und diese Nuka-Cola-Maschine. Ah, ich kann Nuka-Cola einkütteln. Das gibt mehr HP, so wie ich das verstehe. Alle deaktivierte Körperteile, vorstellig wieder. Okay. Okay, wo ist mein Nuka-Cola? Hier, wie viel XP gibt es, oder? Health? Nein, verwirrt. Ich bin verwirrt. Jetzt muss ich schon da eiskalt suchen. Hier. Uh, 24, ich glaube davor war es nur 6 oder 18. Ich hätte es gern auf T-Tempo. Hallo, hallo der. Hallo, es ist schön, Sie zu... Ja, wird sich bald erinnern. Glaubt mir. Glaubt mir. Okay, ich gehe wieder auf legendäre Waffenjagd. Letztens, wo ich mit Dogmeat herumgeirrt bin, habe ich gesagt, hier oben muss irgendwo eine Waffe sein. Und irgendwie habe ich die nicht gefunden, also muss ich nochmal schauen. So wie es jetzt markiert ist, war es auf dem Guide markiert. Ich weiß gar nicht mal, wie das Rifle heißt. Aber, naja, die Hütte da oben. Denken Sie daran, liebe Amerikaner, die Enklave arbeitet ständig daran, dieses Land... Ah! ...und schon Eigenschaden bekommen, für eine Erfahrung. Ah, 3 Nuka Koolers. So ziemlich. 3 Nuka Koolers machen mich wieder fit. Also die Hütte hier oben. Uh, das blendet. Schaut auch cool aus. Und die Schärfe habe ich wieder runtergegeben. Hier hat ein bisschen ausgeglitscht, ausgeschaut. Wenn ich die bessere Webcam hätte, dann bräuchte ich wahrscheinlich auch keine Schärfe auf meiner Kamera. Aber die ist einfach zu... unscharf. Ganz einfach unscharf. Zwei Schläfe! Verdammt, bist du denn noch nicht tot? Die Spielchen sind zu Ende. Zeit zu sterben. Überraschung! Ich bin sicher. Oh, der hat nichts getroffen, denn dann. Mach weg, Tschülker. Ah nein, der ist zu schwer. Ich nehme lieber keine Spaltungsbatterien mit. Und mal wo frottend Fleisch. Perfekt. Nein, 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 nein. Jaaaa. Wie ist es aus? Ich glaube 100 Lockpicking brauche ich, was ich fast schon ganz habe. Oh, wer bist du? Nichts. Verlassene Hütte. Okay, echt verlassen. Gut, gut. Ich werde sie so richtig schön fertig machen. Wie ich das vermisst habe. Genau. Immer schön weiter. Jetzt kommt ein Jericho. Du kannst das. Ja. Mach es weg. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Ja. Was denn? Jede Menge Action. Jede Menge Action. Ja. Stürzen wir uns in die Action. Ja. Jede Menge Action. Fluffy. Fluffy getötete Schweine. Wie heißt die andere? Okay. Und Cheaters. Ah, Fluffy und Cheaters sind tot. Arme Viecher. Mein Blaise überhitzt schon wieder. Komm schon Blaise, du überlebst das doch. Langebox für Grauen Quackenminnen. Zündflamme für Geld. Die ist viel Geld wert für das Gewicht. Ja. Besser Zündflamme als Old Summer. Oh, ich lege hier rum. Wir kriegen ziemlich viel in der Familienspuren gerade. Wo ist das? Notiz. Ralfi, mein Sohn. Ich bin's. Dein Vater. Wir können nicht ohne dich in die Gottverdammte World. Schieb deinen Arsch hier rüber. Beeil dich, Junge. Ähm. Okay. Okay. Sehr schwer. Das machen wir gleich. Hauen wir rein, holen wir rein gleich. In meinem Taz. Ich kann mich jetzt überhellen. Und ich bin abhängig. Warte, was? Was? Echt jetzt? Oh, was? Oh, was? Verdammt. Okay. Okay. Ich muss meine Mordlustigkeit dann ausüben. Warum nicht, warum nicht mein H-Klammern, ich habe keine H-Klammern im Händler gefunden. Ich schaff's nicht mal rein in den Wind hier. Mit der H-Klammer-Situation, Pistolen und Patronen, Harmonika, H-Klammern, okay. Verdammt! Okay, okay, Plan B, Zeit zum Aufleveln, Zeit zum Aufleveln, Patronen, wo sind sie? Hier drüben, wollen Sie mich verarschen? Okay. 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 Ich brauche die Lot, ich brauche das Geld auf Schulden bei Moira. Okay. So, dann jetzt zu meinen anderen Blinden. Okay, okay, andere Blinden, andere Blinden, das ist aufleveln, schon 10 Mal vorbei mit der Weltkarte. Ah, Schlupfwinkel, da ist sie. Nein, eigentlich ist das der falsche Weg, eigentlich ist das der falsche Weg, aber ist ja egal. Nennen wir den langen Weg halt, vor der Radioaktivität und schwarzen Bildschirmen. Spiel, don't you dare. Ah, nicht meine Folge. Okay, wir sehen uns gleich in Kürze wieder, in Kürze sehen wir. Troubleshooting Jericho, ja, ja, jede Menge Troubleshooting, jede Menge Troubleshooting und Action. Was? Was? Was ist Robert? Hat die Minion gelebt? Habe ich dich. Wo? Hier! 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 Ga weg! Drei! petty geklaut石in! Oh, Da krieg ich dich registriert. Das스트�er schamouriver beschädigert. Und Genrez? Das ist alles in die검 See. Du machst das. Das narrative ist ja schon cocaine, aber was hodesbesnoch loin whistle? Der Minentrick ist nicht aufgegangen, möp möp. Vielleicht kann es vergessen. Da hat er eine Kampfrüstung an. Wir haben volle Kampfrüstung, Baby. Und wir bedienen uns einmal hier. Das gehört alles mir jetzt. Sehr leicht. Hier muss doch irgendwo eine Wackelpuppe sein in dieser Map mit Dietrich. Bei Zuhaltung kriegen wir genug. Nichts wert, nichts wert. Wie schaut dein Leben aus, Jericho? Ja, schon besser. Gute Arbeit. Gut regeneriert. So viel geiles Alt-Metall hier. Oh. Ups. Unabsichtlich gedrückt. Sollten wir miteinander reden. Ich kann noch verloren. Nein. Ich kann bloß tun. Hä? Es geht um, nun ja, meine Präsidentschaft. Ich weiß, dass diese Frage aufgekommen ist, wie ich in dieses erhabene Amt gewählt wurde. Oder ob ich überhaupt gewählt wurde. Darauf muss ich antworten. Mann. Ich wurde natürlich gewählt. Ich bin froh endlich aus. Ist denn nicht das Wahl, Megaton weg zu sein? Komm her. Komm her. Komm her, Junge. Ja. Was denn? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Sie werden zu stehen. Aber ich bin Ihr Präsident. Dann habe ich die Harmonie mitgenommen. Und das Gewicht? Nein. Okay. Dann habe ich das Spielzeug mitgenommen. Und das Kleber. Da. Diese Menge Action. Boah. Keines so wie Jericho. Es wird gleich jede Menge Action geben. Okay. Bin ich bereit? Habe ich was besseres? Zehn Millie habe ich. Jagdwinte? Nee, nee. Lasergebühr hätten wir sogar auch. Passt schon so. Passt schon so. Ich glaube, da kann ich mich weiter reinschleichen. Die warten mich da noch nicht. Sind die überhaupt feindlich jetzt? Mal schauen. Na ja. Sind feindlich. Wollen wir uns denn schon einen Headshot hier? oder was? Oh. Oh, Zeit für Drogen. Oh. 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 Oh, das brauche ich mir nicht. Ah, dann haben wir schon da um. Last car. Sorry car. Mach du dich am meisten. Ah, komm, komm, komm. He, 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 he. Oh, hier ist der Vampir. Er will mich. Kann ich ihn verkrüppeln? Jericho ist da ziemlich auf sich alleine gestellt. Muss Jericho helfen? Nein. Mörder. Wo ist Chad jetzt? Hier. Oh, das klappt einfach. Oh, das klappt einfach. Ich wurde getroffen. Mordest du das jetzt? Oh. 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 nicht zu schlecht, außer dass es zu wenig Schaden absorbiert. Okay. Schauen wir mal welche Leichen da noch rumlegen. Gar. Nichts wert. Holy. Ja, das ist auch nichts wert. Wo ist Alan? Alan liegt drauf mittendrin. Alan. Wo ist das? Ah, das ist Alan. Und das ist Alan. Und dann die, ja, wird wieder gestorben. Justin. Ich glaube das waren alle. Leidem. Sky. Eigentlich. Möchte ich fast verkaufen jetzt. Respektvolle. Sturmgewehr. Natürlich haben wir 10 verschiedene. Oh, fuck. Oh, Darts wird gehackt. Ah. Halt mich mal. Wird reich sein. Ei. Was kann man grad das für ein Geräusch wahr? Wir haben so viel Loot hier. Das zahlt sich immer aus, die zu töten. Und die auch nicht so leicht zu filmen. Komm. Ich hab schon wieder keine Kippen mehr. Immer mal das Messer. Puh. Ecklich. Die Töten teilen. Ja, die Blauseflaschen. So wie es bei Vampiren üblich ist. Die trinken ja gar kein Blut. Die trinken nur Tomatensaft. Möchte gern Vampire wieder mal. Geil. Geil. Mal schauen. Ohne. Nicht so viel Schrott hier. Ich lasse das aus allem, was ich so viel habe, anscheinend die Haarklammern das größte Problem sind. Stimpaks. Unglaublich viele. Aber Haarklammern? Nein. Gar nichts. Leer. Okay. Leer. 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 Die Haarbox-Lagerung. Gleich mischenommen. Oh, Haarklammern. Hab ich die vergessen letztens? Vielleicht macht man es einfach zu schwer. Oh, Familienloot. Ich mag ihre Bluten gut. Ich mag ihre Blut. Ich mag sie nicht. Uah. Was geht denn? Nein, dies. Sollte nachgooglen, wo. Hopp. Uuuh. Uuuuh. 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 Oh, geil. Hey. Immer gut hier aufzusperren, anscheinend. So, und wie viel ist denn hier noch drin? Krass. Oh. 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 So viel Platz habe ich hier gar nicht. Bretterhut. Der ist ja schon zerstört. Weg damit. Aufklärungsrüstung kann ich dann wieder reparieren, wenn ich zuhause bin. Lederrüstung. Rein. Wenn es das Rüstung kann, kann ich mit der Lederrüstung reparieren. Wird es doch nicht wert sein, aber machen wir es. Nein, nicht wert. Okay, was kann ich denn auch noch reparieren? Oh, Laserpistole. Ja. Kampfrinter will ich nicht. Nein. Chinesische kann ich leider noch nicht mit normalen Sturmgebern reparieren. Das würde mir auch weiterhelfen. Okay. Churiko. Ja, was denn? Er wird nicht mal viel tragen können, das ist das Problem. Ich muss den Schrift loswerden. Oh, doch, er kann noch was tragen. Er hat sich das Berg starke Rücken gegönnt. Wusste ja schon, dass er das brauchen wird. Bei mir. Okay, darum gibt es noch mehr zu stehlen. Verdammt. Ich kann meine Schulden beim Mauerer bezahlen, Leute. Na, verdammt. Baffert. Ich würde mir wahrscheinlich noch eins ranwägen müssen, dass ich es hier raus schaffe, nur. Mann, wie es hier stinkt. Boah. Nein, ich bin bloß mehr. Rechtes Ritter. Verdammt, um die viel gute Loot. Der ist überhitzt. Geil. Recht gern. Im Hintergrund. Wenn das Ding laut wird. Ich habe so viel zum Aufglied riechen. Und so viel Altmetall. Ich habe das nur wegen dem Altmetall getan. Nur wegen dem Altmetall habe ich halt umgebracht. Wenn sie das gewusst hätten. Sehr leicht, wie du was von so einem Aufglied riechen. Das ist eine Pistole. So viel negatives Karma. Oh, ne, ich habe auch schon Jetentzug. Okay. Da fehlt nur noch sein Wertschrank, oder? Und der auch. Der fehlt auch noch. Da ist er. Oh. Vampir-Klinge. Das kann ich mit dem Chinesischen wahrscheinlich dann reparieren. Wo ist die Vampir-Klinge? Ganz unten. Oh. Schauen wir uns später an. Wir müssen raus. Wir müssen raus. Wir haben schon so viel gelootet hier. Ja. Ich mache hier wieder ein Cut. Geh alles verkaufen. Und mache dann noch einen dritten kleinen Folgen-Part dazu. Oh. Cut hier. Wir sind wieder zurück. Ich habe meine Schulden ziemlich begriechen. Und schaut euch Jericho mal an. Der Mann hat Kampfrüstung. Ich bin jetzt sehend. Nein. 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 Ich bin in der Scout-Rüstung. In der Aufklärungsrüstung. Schaut ein bisschen schlecht aus. Deswegen traue ich sie lieber gleich selbst. Von der Jericho die coole Rüstung. Ich die Schücher-Schande, weil ich muss mich hier nicht anschauen. Ich habe vergessen meine alte Metallverkaufung. Verdammt. Das komme ich natürlich jetzt drauf. Und Rüstung reparieren habe ich auch vergessen. Okay, ich hole mir die Wackelpuppe für Dietrich. Keine Bewegung. Wir sind ja gleich beim Leveln ab. Aber... Oh, Altmetall. Aha. Dietrich Wackelpuppe ist dran. Das ist der Blum. Jericho, wo bist du? Herr Mitmann. Nicht, dass ein Jaguai irgendwo auf mich wartet. Verdammt. Hier blendet gerade alles. Was passt da schon wieder nicht bei meinen Filtern? Warum blendet das alles? Und Rast ein bisschen zu hoch. Da. Bisschen besser. Nein. Ich bin sowieso nie happy, dass ich mit Mods endlich spielen kann. Aber da ich das Let's Play, das Permadeath, die Permadeath-Challenge erschaffe, werde ich auch nicht mit Mods spielen. Zuerst dann wieder in zwei oder drei Jahren. Verdammt. Dann haben sie schon das nächste Update rausgebracht, dass alles wieder zerstört. Okay, hier müssen wir durch. Haben die mich gesehen? Die haben mich gesehen. Okay. Ah ja, der kommt schon da. Oh. Okay, hat mich gleich erwischt. Gescheit. Wo ist Jericho? Oh, ich habe Probleme, dass er da durchkommt. Nein, Distanzkampf. Jetzt suchen wir es auf der linken Seite. Jericho ist so. Okay, er kommt auch links runter. Oh, da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Hm, ich mache gleich ein Selbstmord von dem Auto. Nein, das kann ich nicht machen. Es ist Jericho in dem Auto. Oh, Jericho weg vom Auto. Jericho. Jericho. Oh. Wer ist wohl besser im Bett geblieben? Das hat noch nicht einmal wehgetan. Mann, hab ich nicht gebeten. Oh, verfliegst du mit... Wo rennst du hin? Was ist denn eine Stunde mehr? Ha! Verdammit! Ich will mich nicht alles aufweisen. Räder. Oh, der Typ rennt verrückt herum. Oh! Er wollte gerade nicht killen. Er rennt so rum, als würde er das wollen. Oh. vergesst nicht trickle hätte die power ist gegeben hat wie ich das vermisst habe ich bin richtig bitte was das wenn wir da mal kurz rein vielleicht gerüchte sich das ok nein ja das ist einfach mal leuchtender Mach weg das Ding, Türko. Mist. Jetzt hat man alles rein zu hoffen, was ich mit angehofft habe. Vielleicht ein paar Red Away gleich dazu. Na, glücklich. Viel fette Action. Oh, nicht viel gute Lot. Hey. Ah, reparieren wir euch auf 70. Kleine Waffen. Leichter Schritt, haben wir gesagt, wollen wir... Das mit dem Reparieren ist der 75, Gas. Okay, dann leichter Schritt. Relax. Nein, das hätte ich einkühlen müssen. Mist. Immer schön einkühlend. Okay, dann gehen wir raus wieder, Lupen. So viel fette Action, ja. Ich würde wohl ganz happy sein bei der ganzen fetten Action. Dann brennt noch immer alles. Oh, ich möchte meine Vampire reparieren. Da ist meine Dame. Wir sind wahrscheinlich durchs Auto gestorben. Ich brauche nur zwei Schläge. Oh. Ah, ja. Fast eine Schrift hinter. Ah, ich könnte was noch. Interessant. Interessante Deckung. Siehst du noch was? Ein bisschen geile Action. Hier kommen wir nicht rein. Uuua. Ja. Muss ich endlich keine Angst mehr haben vor Minen. Riesenvorteil. Jetzt habe ich dir eine neue Rüstung besorgt und du merkst es noch immer rum wegen dem Kragen, der zu voll ist. Zu eng. Enttäuschend. Okay. gleich. Oh, sorry. Not. Ach, da ist sie wer. Wo bist du denn, Schätzchen? Oh. Oh. Nütz. Nütz. Gute Taktik eigentlich. Ich muss den Päck ran. Hat sie gut gemacht. Verdammt! Oh Gott. Ich will nicht sterben. Komm zurück. Mist. Und meinen letzten neuen Schuss. Hey, den Schützengewehr. Das kann ich auch mit brauchen. Im Reparieren von meinem Legendäres. Okay. Ist das der offizielle Eingang? Okay. Okay. Ich meine. Ich glaube, ich muss den U-Bahn-Eingang nehmen wieder. Sowieso schon. Huuuuh. Mit Sonnenuntergang. Schön. Okay. Irgendwann muss hier drinnen dann die Wackelpuppe sein. Redex nachgelassen. Das ist was. Was ist gerade explodiert? Hier ist der offizielle Eingang. Wird eine Stunde. Oh, da ist ein Fisch im Raum. Wird eine Stunde die Folge. Was ist das? Oh, mein letzter Schuss. Soviel Galaktion. Da ist der Typ in die Rand. Doch. 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 Ich spusche die gar nicht her. Ah, jetzt spuschen sie. Mit Flammenwerfer. Sehr schön. Neuer Flammenwerfer zum Reparieren. Oh. Das ist richtig dicht. Ein Schwertkampf. Geben sie doch mal ruhig. Okay. Wertkampf gewonnen. Bleirohr. Und auch kein Schwertkampf, oder? Ah doch, da ist es ja. Ah ja. Mist. Wo ist das? Sorry, Bro. Ich werde sie so richtig schön fern machen. Ja. Er ist weglaufen. Ah! Nein! Er wehrt sich auch nochmal. Mist. Mist. Kann ich da schlafen, wirklich? Mist. Hm. Ich kann nicht heilen brauchen. Mein Fehler. Mein Fehler. Was? Nein. Chat will ich. Und Alt-Metal. Alles Alt-Metal. Alles Alt-Metal. Das ist mein eigener Name nicht. Patrick habe ich mich genannt. Da merkt sich so ein Dreck. Ich freu doch das Batterie. Bin zu schwer. Nehmen wir noch ein Bar. Nehmen wir noch ein Bar. Vorsicht. Krücken, Dampfen, 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 Spooks, Willkron, Krücken, Minam. Was ich nicht benutzen werde, bis es ausschaut. Oh. Oh. Okay. Okay. So eine Cherry Bomb. Da wird eine Cherry Bomb reingesetzt. Krass. Wo ist die Wackelpuppe? Wo noch was? Nein, der hat auch nichts. Dann müssen wir drauf. Wo ist die Wackelpuppe? Ich habe schon fast wieder vorgelootet. Warte. Ich habe es gesehen. Ich habe es genau gesehen. Wichtig. Vielleicht wer hat Metall. Was zum Teufel. Wirklich. Ein bisschen übertrieben, hätte ich gesagt. Aber was waren das alles? Kampfflinten, Jagdgewehre. Kampfflinten waren das alles. Alles in schlechtem Zustand. Es wird immer schwieriger, an Gottverdammte Zigaretten zu kommen. Und was auch immer du gerade gesagt hast. Alles mitgenommen. Die Flaschenbohnen. Die Flaschenbohnen und die zerbeulten Blechdosen schauen nicht ganz gleich aus. Da schaut mir auch Mittagessen für Raider aus. Oh ja. Oh ja. Ja. Eindeutig. So viel Abrocksputzmittel schon. Ah. Gleisnägel. Ich hoffe schon lange, dass man benutzt die Waffe. Wer froh ist denn auch schon noch gut zum Verkaufen? Mann. Ich bin froh endlich aus Megatron wegzunehmen. Und dann. Wen schärfe ich das? Wen schärfe ich das? Ich will da nicht drunter opfen. Okay. Ich hoffe nicht drunter. Nein, danke. Nehmen wir lieber hier rein. Oh. Das war Jericho. Oh, anscheinend irgendwo eine fette Falle, die mich killen hätte können. Aber ich habe ja eh die Schleichfähigkeit oder das Minen aus Weichen direkt davor eingestellt. Ich weiß nur dein verdammtes Herz. Ah. Nette Überraschung. Lang habe ich mich getrunken. Das letzte. Wo ist mein Vampir? Da ist er. Vielleicht ist er zu reparieren. Ja. Kämpft da mit dem Heckenschützgewehr drin. Hmm. Sturmgewehr, Sturmgewehr. Warum nicht? Dann bläse ich. Oh. 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 Das überhitzt mir zu viel. Bleibohre. Ich höre schon wieder diesen verdammten Krach. Schluss mit dem Mist. Komm raus und kämpfe. Oh. Ja, er wendet mit dem Schlag. Mit dir ist es jetzt aus. Oh. 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 Was hat der denn für ein Teile? Ist das mein Minigian? Oh, das ist die Elektrominigian, hat er. Ich brauche bei denen da Unterstützung. Lass doch ein Pfändchen Hackfleisch. Ich kann nicht mehr Hilfe haben. Ich will dir ins Arsch treten. Zur Hölle. Ha ha ha. Oh. Das ist ein Geschützer bei mir. Gutes Teamwork. Gutes Teamwork. Guter Mann. Was ist das? Klammwerfer. Der wird mich überhaupt nicht überladen. Hoppa drum. Oh. Welcher Raider ist wer hier drin? Wer zu kennen? Okay, wo ist dieser Mann hier? Dieser Mann hier? Du, Ausrüstung. Ah, toll. Hier drei. Keine Zigaretten für ihn. Post. Kai? Ich habe vergessen, wie beschissen hier alles ist. Nein, danke. Ich habe vergessen. Mist, Mist, Mist. Oh. Ich sehe sie. Hey. Puff. 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 Wir haben alles, was wir brauchen, um uns in der nächsten Folge diese Waffe zu holen. Ich glaube, ich war schon mal hier. Und dann, hier gibt es viele. Oh Gott. Ich will eigentlich nur noch einen Granaten bauen. Das andere zahlt sich nicht ganz aus. Nein. Ah, okay. Doch. Die Raketen sind mehr wert als die Raketenwerfer. Ich habe zwei Bücher zum Lesen. Drei Bücher. Oh. Meiler Kuchen sind klein als erwartet. Ich dachte, die wären größere Küchen. Ich habe so viel Kuchen im Kühlschrank bei mir zu Hause. So viele Meiler Kuchen. Verdammt, wirklich. Verdammt, wirklich. Die ganze Kleinnot wird mitgenommen. Ich habe zwar eh schon viel zu viel Geld von meinen Schulden zurückgezahlt. Verdammt, viel schlecht. Aber trotzdem. Dachte, ich hätte was gehört. Nein, wir haben schon alles gekillt. Ich bin mir ziemlich sicher. Wir wollten uns alle gleich rushen. H-Klammer. Ich habe ein wichtiges Buch, oder? Ganz versenktes. Oh. Ich sehe schon nichts mehr verloren zu spielen gerade. Bin dann hier gleich fertig. Bereit zum Schlafen gehen. Genug von der ganzen coolen Action hier. Okay. 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 Mehr H-Klammern, wichtig. Wir werden gebraucht. Gleich als nächstes dann. Und Rakete. Okay. Dann sind wir hier. Wir hättest mich durch, wir haben alles gemordet, wir waren ein bisschen in der U-Bahn drin. Keine Ahnung, wo und die mich hinführt. Was gibt's denn in der Nähe? Stadt gibt's hier wieder. Okay, ja. Yep, yep, yep. Das war eine lange Folge, schätze ich mal. Eine Stunde vielleicht sogar. Thanks for watching and say peace out. Jericho, was machst du von meiner Fresse? Da hat der Spanner.